hier ist cooles filmwelt ich möchte euch nur noch kurz darüber informieren dass ich ab morgen montag den 9 oktober 2023 immer täglich ab 15 uhr hier auf cooles filmwelt im live stream über filme sprechen werde ich würde mich freuen wenn ihr dabei sein würdet dann könnten wir gemeinsam auch im live chat sprechen oder beziehungsweise viel mehr schreiben ich würde auf jeden fall mich riesig freuen wenn ihr mich dabei unterstützt bei diesem projekt und ich möchte euch herzlich dazu einladen hier dabei zu sein wenn es ab morgen heißt ab 15 uhr cooles filmwelt anschalten kollege gleich also bis morgen ich wünsche euch noch einen schönen sonntag habt einen guten start in die woche und wir sehen uns tschüss eure kohle salut ab und tumi sami